Ihr habt ein schönes Schiff. Könnt ihr uns nicht helfen, ein solches Schiff zu bauen? Habt ihr keine Schiffe? Unsere Schiffe sind verbrannt. Wir können euch natürlich nicht alles beibringen. Glaubt nicht, wir können alles, nur weil wir Männer sind. Zum Beispiel kann niemand von uns ein Schiff bauen. Aber wir sind Seefahrer. Wir können mit Schiffen umgehen. Die ganzen neuen Schiffe sind uns natürlich am liebsten. Zum Beispiel die Argo. Die Argo ist die neueste Entwicklung im Schiffsbau. Argos hat sie gebaut. Wir könnten das nicht. Wir könnten euch bloß Umgang mit Handwerkszeug beibringen. Alles andere wäre eure Erfindung. Wie euer Schiff aussehen würde, das müsstet ihr natürlich selber erfinden. Das müssten wir auch, wenn wir uns eines Tages ein neues Schiff bauen müssten. Das ist ein neues Schiff. 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 Vielen Dank.